Hallo, das ist Anna. Gerade hat sie ihren neuen A12 Binocular Autorefractor erhalten. Lasst uns beim Auspacken des Kartons zusehen. Wow, so viele tolle Sachen. Anna legt sie auf den Tisch, sodass wir uns alles ansehen können. In dem Karton ist ein A12 Binocular Autorefractor mit dem kinderfreundlichen PlusOptics Smiley und einer bereits eingesteckten SD-Karte. Sechs wiederaufladbare Batterien, ein Batteriefachdeckel, ein medizinisches Netzteil und ein Stromkabel. Sieht so aus, als wäre die Lieferung vollständig. Falls einer dieser Bestandteile nicht in ihrer Lieferung enthalten ist, kontaktieren Sie bitte Ihren PlusOptics Vertriebspartner. Schauen wir uns nun die Vorderseite des Gerätes an. Damit Kinder während der Messung auf die Kamera sehen, spielt das Gerät Warbeltöne ab. Der dazu notwendige Lautsprecher befindet sich hinter den senkrechten Lamellen an der Gerätevorderseite. Das Kameraobjektiv sowie die zur Belichtung der Bilder notwendigen 54 LEDs befinden sich hinter der schwarzen Schutzscheibe mit dem Smiley. Ist das Kind alt genug, um Anweisungen zu verstehen, soll es direkt auf die Nase des Smilies sehen. Verwenden Sie deshalb keine weiteren externen Fixationshilfen und vermeiden Sie jegliche Ablenkung während der Vorsorgeuntersuchung. Sehen wir uns nun die Rückseite des Gerätes an. Der PlusOptics A12C hat einen 5,7 Zoll großen Bildschirm mit kapazitivem Berührungssensor. Kapazitiv bedeutet, dass der Bildschirm auf eine Berührung Ihres Fingers oder eines Deiles reagiert. Der PlusOptics A12R hat einen 4,3 Zoll großen Bildschirm mit resistivem Berührungssensor. Resitiv bedeutet, dass der Bildschirm auf den Druck Ihres Fingernagels oder das flache Ende eines Stiftes reagiert. Angefangen auf der linken Seite sehen wir den Anschluss für das 12-Volt-Ladekabel. Daneben liegen die Schnittstellen für die SD-Karte, das Mini-USB-Kabel und den Standard-USB-Anschluss. Auf der rechten Seite sehen Sie die kleinen grünen Ein-Aus-Taster. Der große grüne Taster auf dem Haltegriff ist der Auslöser. Bitte beachten Sie unbedingt, dass der Anschluss für die SD-Karte, die Mini-USB- und Standard-USB-Schnittstelle, kopfüber positioniert sind. Okay, lasst uns die Vorbereitung des Gerätes abschließen. Um den Bildschirm vor ungewollten Kratzern zu schützen, sollte ein weiches Tuch untergelegt werden. Stellen Sie das Gerät zum Einlegen der wiederaufladbaren Batterien mit dem Bildschirm nach unten auf das Tuch. Legen Sie nun die sechs wiederaufladbaren Batterien ein. Achten Sie beim Einlegen der Batterien darauf, dass Plus- und Minus-Kontakte der Batterien auf der richtigen Seite liegen. Unter dem Batteriefach befindet sich das Typenschild mit der Seriennummer. Falls Sie sich mit weiterführenden Services oder Garantiefragen an den Verkäufer wenden, denken Sie bitte immer daran, ihm die Seriennummer Ihres Gerätes mitzuteilen. Schließen Sie den Batteriefachdeckel. Als nächstes muss das Stromkabel angeschlossen werden. Das Gerät wird zwar durch Batterien betrieben, aber es ist immer eine gute Idee, es an das Stromnetz anzuschließen. Die Batterien werden dann für Zeiten geladen, in denen keine Steckdose verfügbar ist. Verbinden Sie nun das medizinische Netzteil mit dem Stromkabel und schließen Sie dieses an der Steckdose an. Die Lampe auf dem Netzteil leuchtet zur Bestätigung grün auf. Verbinden Sie anschließend das 12-Volt-Ladekabel des medizinischen Netzteils mit dem Gerät. Ein großer Vorteil des Plus-Optics A12 ist, dass er auch während des Ladevorgangs verwendet werden kann. Drücken Sie den Ein-Aus-Taster. Das Gerät benötigt etwa 25 Sekunden zum Hochfahren und ist danach sofort betriebsbereit. Es ist normal, dass der Bildschirm während der Hochfahrsequenz kurz schwarz wird. Während des ersten Hochfahrens wird Ihnen eine Seite zum Einstellen der Uhrzeit und des Datums angezeigt. Wählen Sie hier die von Ihnen bevorzugte Anzeige der Uhrzeit und darunter das gewünschte Datumsformat. Verwenden Sie die Auf- und Ab-Pfeile, um das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit einzustellen. Speichern Sie Ihre Einstellungen mit dem grünen Haken in der unteren rechten Ecke. Diese Einstellungen müssen nur nach dem ersten Hochfahren oder erneut nach längerer Entnahme der Batterien angepasst werden. Anna hat ihren Plus-Optics A12 nun optimal vorbereitet. Sie kann das Gerät durch Drücken des Ein-Aus-Tasters ausschalten. Danach mit einem Schubert Alfons-Optics A12 In der ersten Hochfahrt zum Einstellungen sind in der Untertitelung des Entends genieter Das Gerät durch Drücken des Entzenden